Mann, Toni, ist echt schön, dich zu sehen. Ja, dich auch. Bist erwachsen geworden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber du, du bist... Schwanger. Ja, bin ich. Immer noch ein Badass, hm? Darf ich fragen, wer der Dad ist? Darfst du. Aber ich werde dir nicht antworten. Es ist ein Geheimnis. Fürs Erste. Aber schön, dass du wieder heil zurück bist. Ja, ja, mir geht's gut. Wem gehört denn jetzt eigentlich der Laden? Wir und den Serpents. Wir, ähm, haben unsere Kohle zusammengeschmissen und in Harem Lodge abgekauft. Um heutzutage in Riverdale zu überleben, muss man schon kreativ sein. Toni, die, äh, Busfahrt in die Stadt. Ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Weißt du, alles fühlte sich irgendwie... Anders an? Merkwürdig? Ja, und um ehrlich zu sein, fühlt es sich nicht mehr nach Riverdale an. Tja, die Welt hat sich ganz schön verändert seit unserem Highschool-Abschluss, Archie. Ja, ohne Scheiß. Sag mal, wo ist denn überhaupt Pop Tate? Hast du's nicht gehört? Ich dachte, du wärst deswegen zurück. Nein, ich wurde herversetzt. Was ist passiert mit Pop Tate?